Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Mero zusammen mit Kilomatix. Hallo. Ja und wir sind hier gerade an einer neuen Stelle und zwar mitten im Ozean. Und ihr seht vielleicht schon warum, da vorne ist ein fettes Boot mit TNT. Ja und das schnappen wir uns. Wir entern. Da wir zusammen aus den letzten Dungeons nicht gelernt haben. Ja, probieren wir es halt noch mal. Gab es hier eine Leiter hinten? Ich möchte sagen ja, ich möchte sagen ja. Sonst sind ja Locks, wenn wir das einmal mit unserer Achse abbauen, dann ist es fisch. Ich glaube nicht, aber hier hinten ist es offen. Okay, ja hier hinten ist es offen. Oh Gott. Die schießen. Ja, die schießen. So eine Scheiße. Alter, diese Boote. Hilfe. Wo bist du? Ich will dich nicht, okay. Hallo, ich möchte mein Boot liefen, danke. Okay. Hab einen? Ich auch. Alter, die Kanonen sind ja schon mal krass. Ja. Oh Gott, sind hier, oh Gott, sind hier wieder. Oh mein Gott. Ich glaube, ich attacke hier mal erstmal mit dem Bogen. Pass auf, pass auf. Ich wollte reinschießen und... Ah, die droppen Essenzen, die Piraten. Ja, lenk du sie ab. Ich mach kurz die Spawner kaputt. Achso, die spawnen ja alle. Oh Gott. Die kriegen hier, die kriegen hier mal. Die sind eigentlich gar nicht, glaube ich, so stark. Nee. Haben halt nur eine gute Rüstung, ne? Ja. Hast du die Spawner alle? Ja, alle aktiviert. Alter, was... Das ist richtig nice, was die hier alles in Essenzen droppen. Ja, bei mir droppen sie mit Lohen. Also gut, wir brauchen diese Magic Essenzen ja für den Stuff, aber... Wind Essenz... Ey, die droppen echt viel geile Sachen. Lightning Essenz... Electric Essenz... Ich mach mir einen Flugstab, wenn wir wieder zurück sind. Oh. Nett. Definitiv. Okay. Erste Ebene clear. Okay, da ist noch einer. Hier an den Seiten... Ähm... Wir können es abbauen, können es aber auch lassen. Oh. Ich glaub, wir sollten es lieber lassen. Ähm... Mir ist... Schlecht. Ja, mir auch. Aber ich glaub, das sollten wir lassen und lieber zum Schluss machen. Falls nochmal was ganz Böses passieren sollte. Und vielleicht lagen wir das hier auch ein bisschen hoch. Ja, das kann auch sein. Ich bin schön nervt, der dämlicher Pirat. Okay, ich geh schon mal einen Raum weiter. Hose. Okay, was passiert, wenn ich an den... Oh, oh. Ich hab eine neue Hose. Torsicht! Oh. Ich hab grad hier ein Tier... Alter, vergeilt. Alter, drück mal hier rauf auf den Knopf. Oh, ja. Voll geil, Alter. Oh. Juhu. Hallo. Hahaha. Juhu. Okay. Pass auf, dass wir uns nicht gegenseitig schlagen. Oh, oh. Sorry. Nein, die haben mal andere. Nein, ich werde weggespült. Hilfe, 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 ich bin tot. Was, du bist tot? Nee, noch nicht. Einfach fast. Sonst lass dich wegspülen. Siehst du mich? Ja, aber ich hab hier gerade selbst. Also ich seh deinen Namen irgendwo. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Eigentlich ist mein Schwert so scheiße stark, Alter. Ich muss mich grad um den Diamantentypen kümmern, der blockt. Ja. Warte, ich komm mit meinem Schwert an, ich mach den kaputt. Aber nicht auf mich, nicht auf mich. Bin ich tot. Erstmal was essen, ey. Oh Gott, okay. So schwer war das jetzt dann doch nicht. Aber es hat teilweise bei mir wieder geleckt. Mein Schwert hält nicht viel aus, muss ich sagen. Ich brauch den Zaubertisch, um es zu operieren. Oh. Okay. Glaube ich. Alles gut ist natürlich, dass hier auch. Ich hab mit 375 Hightback halt. Oh. Du hast aber nicht irgendwie einen glatten Schwert getroppt, gekriegt oder sowas. Nee, aber ich kämpfe hier wieder gegen so einen Diamanten denn. Moment. Okay, hab ihn. Oh, da ist ein Boot. Okay. Okay, ich bin schon mal weiter gegangen. Ja, Moment. Es ist blöd, wenn mein Schwert hier kaputt geht. Die halten ja überhaupt nichts aus, die Dinge. Hast du irgendwie Eisen bekommen? Ja, 8 Stück. Oh, dann geht mal her, dann mach ich mir ein Eisenschwert. Ich geh schon mal weiter hoch, ich guck mal hier. Hier sehe ich doch direkt einen. Einen Camper. Den hol ich mir mal. So, jetzt hab ich einen Iron Big Sword und mach mal mein anderes Rucksack. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Drei so eine Typen und ich bin mit Dings. Achtung, Achtung, schlag mich nicht. Ja, gut. Oh Gott. Mit Übelkeit und blind. Oh, vorstieg von der Seite. Oh, ich hab nicht mehr viel. Oh, sorry. Ja, alles gut. Passt schon. Eigentlich musst du dich in der Ecke stellen. Nö, nö. Geht schon. Oh mein Gott. Ich mein nur so, dann kannst du die gut abwehren. Hab ich einen Diamanten von aufgehoben? Ja, hab ich gut. Ich bin zufrieden. Oh nein. Ich wär hier grad fast runtergefallen. Wir müssen dann einfach mal da runter. Weil da ist Loot reingefallen in die Dinger. Ja, machen wir gleich. Lass uns jetzt erstmal die hier kurz... Okay. Pass auf den Boss auf. Ich werd hier noch nicht unnötig früh auf uns locker. Ja, es gibt einen Boss-Pirat. Ich bin hier drin. Ja, ich warte hier oben. Hier gibt's Betten und Truhen. Alter, hier gibt's Truhen. Ja, ich weiß. Warte mal mit den Truhen. Ja, ja, ja. Ich warte. Äh, warte. Sonst lass uns erstmal die Seite hier komplett klären. Warte, ich glaub, da war der Boss drin. Ich weiß es nicht. Ja, dann lass uns die Truhen nehmen. Truhen. Dann nimmst du die Seite, ich nehm die andere Seite. Essen. Ja. Wow. Bücher, Räder, das lass ich erstmal drin. Oh. Glowing Bread. Okay, warte mal. Meine Kisten lassen wir noch aus. Ich muss nochmal kurz sortieren. Oh. Wow. Ich steh hier im Bett. Ähm. Ein Backpack. Ja, ich hab auch ein Backpack gefunden. Alter, jetzt lieg ich schon wieder im Bett. Also den unnötigen Quatsch lass ich da drin. Eieieiei. Was ist das denn Nettes? Komm mal her, mein Junge. Ich hab was für dich. Ja. Ähm, guck mal in die Kiste. Oh. Vielleicht kannst du davon was gebrauchen. Ja. Okay, jetzt hol ich mal mein Backpack raus. Ups. Hier, ne Eisentü. Ja, lass ich mal Sachen noch drin. Ich muss erst mal ganz kurz meine Sachen im Backpack machen. Ich hab zwei Backpacks. Ja, ich hab auch noch einen. Der ist da. Warte, ich kann nicht ein Backpack in den Backpack packen. Ne, das geht nicht, ne? Ne. Okay, ich pack schon mal die Essenzen da ein, wenn ich sie mit der Kiste. Dann pack ich sie halt nach. Oh ne, Mist. Was denn? Ah, beschäftigt so. Wurdest du auf Skype angeschrieben? Ja. Okay, ich hab hier noch irgendwas. Ich nehm's erstmal mit, das Leder und also. Ja, ich nehm auch erstmal alles mit, man kann ja nie wissen. Ne, ne, ja, ich nicht ganz alles, aber. Ja, ich hab ja zwei Rucksäcke, ne? Ja, ich auch, aber trotzdem so. Irgendwas hab ich gerade dringepasst. Und ich hab ein nettes Schwert mit Sharpness 1, Mai 3 und Ben of Bannes Lederfüßers. Ich hab ein Goldschwert, ein Sharpness 1, okay. Ich hab das hier. Oh. Das nehm ich erstmal. Ist da oben was? Ist da was? Kannst du wieder keine Leitern? Ne. Okay, warte, ich geh mal nach ganz oben. Falls ich sterbe, dann töte mich. Ich geh ans... Oh, hier vorne ist noch ein Pirat. Ich glaub, das könnte jetzt gefährlich werden, wenn ich hier hochkomme. Hallo? Oh, ich hab einen übergeschubst. Ne, ne, Aussichtsplattform. Okay. Ah, Dungeons sind schon witzig so. Okay, dann gehen wir jetzt zum Heck. Da ist der Boss. Mit. Oh, ja. Ja, okay, warte, für den nehm ich mein richtiges Schwert. Wo bist du? Hinter dir. Ach, da. Äh, gut, meine Hose ist fast kaputt, aber die hab ich grad getroppt gekriegt, also. Okay, das ist, glaub ich, nur ein normaler da. Ja, du nimmst die Seite, ich nehm die Seite. Das ist ja, glaub ich, in der das Gleiche. Alter, ich mach denen immer nur einen Schaden. Ja, ich auch. Ich hab auch jetzt mit... Ich schlag auch grad mit einem anderen Schwert. Ich hab nen Boss! Scheiße, komm her! Moment. Ich hab hier grad noch nen Gegner. Den muss ich wegkriegen. Über die Reling. Okay, er ist weg. Okay, ich hab... Ich hab... Der Boss, ich hab den aktiviert. Ich hab den schon einmal geschlagen. Ja, das ist kein Problem. Wo ist er hin? Der Boss ist weg. Der teleportiert sich manchmal. Okay, ich nehm die Seite, du nimmst die andere Seite. Wieder, von den Kisten her. Einfach nur erstmal raus. Erstmal raus. Ich hab nen Diamantschwert bekommen. Ich hab nen Quiver! Poison Stuff. Okay, hoch. Nenn. Oh, Scheiße. Ist er da oben? Nee. Der muss ja irgendwo in der Nähe eigentlich sein. Da ist er! Da ist er! Oh. Okay, Verdopplung. Wo ist er? Hinter mir. Hä? Unsichtbar. Unsichtbar? Scheiße. Alter, ich hab immer Angst, dass ich dich irgendwie schlage. Nee, nee, alles gut. Du kannst mich ruhig schlagen. Ja, aber... Er hält nicht so optimal, ne? Nee. Boah, Alter. Dieser Boss. Aber der ist gar nicht immer so stark. Also... Nee, zu zweit geht der... Zu zweit geht's echt klar. Wie gesagt, ich mach hier auch Blockhitten. Ja! Ja! Die sind tot. Hast du was gekriegt? Ein True... Ja, ein nettes Schwert. Ich wollte nochmal kurz testen. Okay. Also ein Stuff hab ich schon, aber... Ich glaub, man sollte die ja erst verzaubern, weil die so schnell kaputt gehen. Ja. Ich hab die Poison Stuff bekommen. Tausend Schwerter, ich hab ne goldene Feder, ich... Okay. Okay, du hast gesagt, du hast noch ein zweites Boot gesehen. Ja, warte, warte, warte. Ich muss erst mich hier alles in die Dinger reinstopfen. Trickster, Digger. Der sieht echt nett aus. So ein kleiner Dolch, weißt du? Mhm. Echt nett. Okay, so. Ich mach trotzdem erstmal weiter mit meinem kleinen Eisenschwert, was ich hier... Creeper! Au. Ähm. So, der ist voll. Aber weißt du, was wir machen müssen? Na? Ja, was wohl? Achso, TNT! TNT! Ja, äh, dafür sollten wir aber rennen. Warte, warte, wo ist der TNT? Ein Raum weiter nach unten. Hast du ein Feuerzeug mit? Nee. Ich weiß nicht, ist ein Quiver ein Feuerzeug? Da sind Piraten gespawnt. Das ist ein Quiver. Wir haben Flamm, wir haben Flamm, wir haben Flammpfeile. Das ist Flammpfeile? Ja, ich hab meinen Bogen mit Feuer verzaubert. Geht das? Ja. Okay. Also nein, ich mein, ich mein, ob das, äh, dann funktioniert, dass der TNT brennt. Ja, das funktioniert auch im TNT-Splief oder so. Aber es funktioniert, ja. Warte mal, jetzt hab ich hier Quiver 43, zeig ich den ja an? Bist du bereit zum Rennen? Nee. Du siehst den Ausgang. Ja, okay, schieß. Los, renn! Okay, wow. Die eine Hälfte nur. Egal. Dann lass. Ich nehme hier mal das Boot. Hier liegt noch eins. Ach, du bist auch schon wieder im Boot. Ja, okay. Okay. Ich weiß auch, in welche. Wo bist du? Ah, gut, du folgst mir. Ja, ich bin hinter dir. Das Boot ist eigentlich ganz nett, ne? Ja, ist echt geil. Ist vor allem machbar. Also dann würde ich sagen, das zweite schaffen wir auch noch in dieser Folge. Ja, kriegen wir hin. Sollte nicht das Problem sein. Also, ist schön entspannt, ja. Und bringt echt guten Loot, die ganzen Essenzen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir nur noch die Magic-Essenz oder sowas, die halt der Grundbaustein für alle Stäbe ist. Ja. Dafür brauchst du ja auch alle Essenzen für diese Magic-Essenz. Ach so, die kannst du auch herstellen? Die kannst du auch herstellen, ja. Alter, dein Cape. Oh, Sternschuppe. Ja, wow. Ich sehe, wo sie eingeschlagen ist. Soll ich mal hin? Ja, ich sehe sie auch. Also, ganz ehrlich. Obwohl, hier rechts ist noch ein Turm. Wollen wir den auch noch sonst mitnehmen? Können wir danach noch machen. Ich würde erst mal ein Boot, weil wir gerade so ein Boot sind, oder? Ja. Erst Boot. Mache ich die Position mir mal. Aber schon spannend, so. Ja. Wie viel guten Loot man einfach bekommt, das ist echt krass. Das ist echt krass, ja. Ich will mir auch dann einen Flugstab machen, so schnell wie möglich. Ja, das wäre natürlich auch gut. Ich weiß immer noch nicht, was ein Quilver ist. Da steht dann 43. Das ist schön. Wahrscheinlich ein Köcher. Ja, ein Köcher. Ja, ja, stimmt. Natürlich auch. Oh. 43 Pfeile hast du. Ja, wahrscheinlich gerade. Ja. Ja, ja. Und eine Sternschnippe. Ja, und eine Sternschnippe. Hast du schon den Meteoriten gesehen in unserem Dorf? Nee. Da ist ein Meteorit reingeschlagen. Den habt ihr doch schon wieder abgebaut. Ja, stimmt. Aber das wissen die Zuschauer, glaube ich, noch gar nicht, dass Fleezy vom Aliencreeper getötet wurde. Nö, das mag sein. Das ist ja außerhalb der Aufnahmen passiert. Da waren wir nur gerade am Meteoriten abbauen, weil das eigentlich langweilig ist. Okay. Oh, hier ist einer mit Spinnenweben. Okay, hab einen. Du sagst Bescheid, wenn du mich auf einmal davor rennst, ne? Ja, ja, ich renne hier durch. Siehst du ja. Na gut, jetzt bin ich auch am Rennen. Hörst du den kleinen Spawner mehr da? Nee. Alter, wie schnell die Schwerter hier kaputt gehen. Ja. Deswegen, ich benutze auch nur die Schwerter, die die mir jetzt wieder droppt haben, so. Ja. Ich bin mal ganz kurz ein bisschen weiter weg. Ja. Ich würde mal gern so eine Pistole haben. Ja. Ich glaub, die kann man sich bestimmt mal befassen oder so. Mag sein, ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott. Brauchst du Hilfe? Dann schrei. Ähm. Ah, musst du... Okay, haut hin. Ey. Die droppen ja auch manchmal diese Extraherzen, das ist ganz gut. Ja. Was eigentlich einen unsterblich macht, so ein bisschen. Ich bin nur gerade eingekesselt worden, hatte dann nur noch vier Herzen oder sowas. Ja, dann ist... Zeit vergleichsweise wenig. Willst du es mitnehmen? Man kann ja nie wissen, wofür man es braucht. Ah, stimmt. Ich nehme nicht alles mit. Ich nehme nur mal so ein bisschen mit. Du brauchst mal ein bisschen was. Ich bin schon weiter hoch gerannt. Ja, ich folge dir. Oh. Oh, sorry. Oh, hinter uns? Achso, unter uns beziehungsweise. Dass die da immer wieder neu spawnen. Äh, ein neues Schwert habe ich noch nicht. Schade. Ich kann dir sonst noch eins geben im Notfall. Ja, das ist gleich Schrott, also... Ja, meins ist auch gleich... Ja, vielleicht finden wir ja gleich eins. Warte, 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 warte. Ich hole mal mein Goldschwert raus. Schießen! Hä? Ich habe ein Diamantschwert mit Fire. Oh. Ein Big Giant Sword, oder? Ne, normal. So, da an der Seite steht noch einer. Das macht ja nicht so viel Schaden, aber... Okay, ich komme mich hier um den Eingang und du... Oh. Oh Gott. Hallo, Keeper. Hilfe. Hilfe, komm zurück. Hilfe, schnell. Oh Gott. Jetzt muss ich mal mein dickes Schwert wieder auspacken. Oh. Renn weg, renn weg, in Zweifel. Oh. Bleib. Komm nicht zu dicht an den Gegner ran. Ich gehe nochmal ein Stück runter. Oh nein. Super Skelett. Dann renn runter ein Stück. Oh Gott. Achtung. Okay, ich bin wieder voll. Ich fass. Der hat ein Super Skelett gehabt. Alter, die kriegen jetzt richtig einen aus der Sicht hier. Aua. Ach, was ist das denn? Ach, was ist das denn? Ein Arrow. Einfach ein Arrow. Oh Gott. Okay, kurze Pause, wenn wir die alle getötet haben. Vorsicht, hinter dir. Diamanten bekommen. Mein Schwert ist kaputt. Aber gut, jetzt habe ich ein Diamantschwert mit Fire Aspekt. Ja, ich habe auch gerade mein Schwert mit Fire Aspekt draußen. Okay, kurze Pause. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz meinen Rucksack. Ich glaube, eventuell brauche ich mir nämlich doch ein Tinkers Construct Werkzeug, weil das kann ich dann mit Reparatur verzaubern. Oder Reparatur halt drauf machen. Ja. Ach stimmt, mir fällt gerade auf, wenn du die goldene Fede hast, kriegst du keinen Fallschande oder nicht so viel irgendwie. Irgendwie war doch da so was. Ah, stimmt. Miniatur-Wetheart. Nice. Jetzt kann es da, ich komme. Brauchst du noch Schuhe mit Fire Protection? Äh, gra... Oh, ich brauche eine Hose. Die kann ich dir nicht geben. Ich habe eine Hose irgendwo gehabt, mal. Ja, da ist eine. Kannst du das hier mal verbrennen? Ah, nee, das geht nicht, wa? Ich habe kein Feuer. Hast du Feuer? Clear Potion. Wow. Das da rein. Du musst ein bisschen orten jetzt hier gerade mal. Okay. Okay, okay, warte. Warte. Ach, passt schon. Wenn es kaputt geht, geht es halt... Oh, oh. Danke. Nein, nicht noch mal. Aber ich weiß nicht, hier ist nichts. Bei dem anderen Schiff haben wir, glaube ich, auf Land geschossen. Ja, das mag sein, das weiß ich nicht. Da ist noch eine. Ah, zwei Rucksäcke ist schon echt... Das lohnt schon. Vor allem dann erst die Giant Backpacks. Ja, die sind echt cool. Wow. Der Pfeil ist zurück auf mich geprallt. Okay, wir können weitermachen. Gut. Ja, renn schon wieder weiter. Ich habe irgendwas liegen gelassen. Äh, nee. Oh, ich war nichts. Bitte, was hast du gesagt? Nee, ich habe gerade geguckt, ob ich irgendwas liegen gelassen habe. Aber dem war nicht so. Okay, Vorsicht, die kommen. Ich gehe von der anderen Seite. So. Dann schwimmen wir jetzt Bowling mit denen. Ich bowle die wieder so leicht raus. Aua. Mensch, ja. Wie viele Essenzen gibt es eigentlich? Wie viele verschiedene? Vier? Ich glaube, ne, neun oder so. Neun? Ja. Ich habe, glaube ich, schon alle. Ich weiß es nicht. Oh, ii. Oh, Übelkeit ist so ekelhaft, ne? Da wird man mal gleich mit schlecht. Aber ich glaube, in den Türmen kriegen wir ja ganz oft diese Magic-Dinger oder die halt aus allem bestehen. Ja, so selten scheint die nicht zu sein. Ja. Alter, 37 Level. Ich bin, glaube ich, ohne Level los oder mit 2 oder so. Ja, ich habe auch nur 2 gehabt. Da ist ja 42. Nimmst du wieder die linke? Ja. Ich nehme wieder die rechte. Zwei Backpacks. Ja. Nice. Ich bekomme nur Essen. Drei Backpacks. Rüstung. Brauchst du noch ne Hose? Nimm mit. Oh, oh. Da haben wir ein Spear. Ich muss erstmal kurz meine Backpacks packen. Ich habe hinter dir mal ne Hose hingepackt. Ja. Nimm ruhig. Okay. Der ist voll. Jetzt kommt der hier. Warte mal ganz kurz. Und jetzt. So. Okay. So, wir sind ja da. Gut. Oben war ja nichts auf dem Schiff, ne? Ja. Gut, meine Kisten waren jetzt diesmal nicht so spannend. Meine schon. Drei Backpacks, also. Drei Backpacks ist schon ne Nummer für sich. Wenn du was brauchst, dann sag Bescheid, ne? Ja, ja. So. Ich mach den jetzt hier mal ganz kurz kalt. Okay. Und dann kümmern wir uns sofort um den Boss, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, na dann. Okay. Ja, dann mal hoch. Ich glaube, da sind noch kleine Helfer, oder? Ich will hier nicht rein. Hier. Hä? Achso, ja, okay. Dann du die Seite. Aber das ist ein Helfer. Ja, hier ist auch noch ein Freund und ein Helfer. Ja, ich sehe ihn. Den Käpt'n. Ja, ich sehe ihn auch. Okay, Boss ist da. Okay, ein. So, ich bin auch drin. Alter, wie ihr Schaden kriegt, ey. Das ist krass, ja. Also, wenn ich brenne, weiß ich, dass ich dich geschlagen habe. Ups. Mann, ist er denn bald mal tot hier? Ja, ist tot. Oh. Achso, da jetzt hast du den Decker, ja. Ja, gut. Was ist hier noch drin? Oh, ein Hookshot. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hookshot. Ach, nö, jetzt hat er auch so ein Ding. Water Stuff. Ein Stuff. Ja, ich habe auch schon Poison Stuff. Was bringt mir der Water Stuff? Keine Ahnung, ich würde ihn noch nicht nutzen, er ist verzaubernd, weil sonst, ne. Aber warte mal, der Hookshot. Ey. Das war immer so lustig an dem Ding. Ja. Okay, ich habe jetzt teilweise manche Sachen doppelt irgendwo drin. Iron Bow, Blast Protection noch hier mal drauf. Ein Water Stuff. Ey, Cloud Boots. Was bringen mir die denn? Vielleicht kannst du irgendwie so einen Doppelsprung machen. Kann ich jetzt höher springen? Ja, oh Gott. Hüee. Und ich kriege keinen Fallschaden. Hüee. Alter, die Schuhe sind ja mal mega geil. Hüee. Okay, warte mal, jetzt muss ich noch. Ey. Lass mich los. Ich will die mal so hoch. So hoch schleudern damit. Tschüss. Nein. Jetzt haben wir erstmal Spaß mit den Items. Hui. Ey. Ist doch nicht wahr, ey. Oh Gott. Ja. Kannst du auch an der Wand hängen? Ja. Gibt es davon nicht auch einen mit mehreren Armen, oder? Ja, da gibt es auch einen mit mehreren Armen, möchte ich meinen. Ich auch. Hallo. Ey. Ich habe schon so richtig Lust, Fleezy zu trollen. Schöne Grüße an dich übrigens, Fleezy. Ich finde ja meine Schuhe echt geil. Oh Gott. Okay, dann lass mal weiter, würde ich sagen, wa? Wie viele Minuten haben wir jetzt? Ja, 23 doch reicht eigentlich für diese Folge. Oh ja, würde ich auch sagen. Gut, dann war es das von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. War wieder sehr ereignisreich hier. Zwei Dungeons gecleared hier. Schöne, nette Items bekommen. Mein Hookshot packt rum. Meine auch. Ach nee. Die haben sich verklemmt. Ja. So eine Scheiße. Ey. Ey. Du ziehst mich mit dir. Kann ich das nicht irgendwie loswerden? Hier, komm. Bin. Okay, gut. Gut. Also schon. Oh Mann. Wie gesagt, das war es von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaut doch bei mir jeweils anderen vorbei, um die anderen Perspektiven zu sehen, was die so gelootet haben. Und du hast mich immer noch an... Komm nicht mehr weg. Du hast mich an der Angel. Ja, dann komm. Ja, geht weg. Ich kann hier nicht rüberhüpfen. Ja, guck mal. Ich habe jetzt zwei so eine Haken. Ich kann leider nichts machen. Dann muss ich erst mal schlagen damit, oder? Hier, so. Ah. Ah. Jetzt geht's. Ja, sehr schön. Aber gut. Dann war es das. Ey. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Nein. 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 Ich liebe dieses Ding. Nein, lass mich los. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich los. Bitte. Ich liebe es. Warte, wie hieß das? Hook. Hookshot. Nee, jetzt muss ich mal. Oh, da gibt es ja so einige. Stimmt. Spider-Hook und sowas. Ah ja, ich erinnere mich. Ja gut, wir sollen aber jetzt die Folge bringen. Das stimmt. Ich habe schon alles dreimal gesagt. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Und ciao. Tschüss.